...zeug im Anflug. Verbündete Aufklärung sucht nach Bedrohungen. Der Feind hat einen Marschflugkörper gestartet. Feindlicher Marschflugkörper im Anflug. Schaut das Bild an. Sogar das Bild ist so geil designt. Hammer. Ihr habt die Mission zur Hälfte geschafft. Weiter so. Momentan sehen wir nicht wo wir landen müssen. Doch. Alter ist das Flutzerk, ne? Der Schatten. Wo ist das Flutzerk? Wo ist es hier? Scheiße! Feinde! Wir verlieren Delta! Feinkontakt! Feindliche Drohne aktiv! Raketenwerfer! Verwendeter Marschflugkörper nähert sich dem Ziel. Setze tragbares Radar ein. Der Feind hat Delta eingenommen. Der ist rein. Der ist rein. Der ist rein. Der ist rein. Feindliche Drohne über uns. Wir nehmen Delta ein. Charlie wird gesichert. Unsere Drohne umkreist das Projekt. Ah Mist ey! Ich habe ihn gehört, aber es... Feindliche Drohne aktiv! Verbündete Drohne einsatz. Wir kontrollieren Delta. Wir verlieren Alpha. Verbündete Drohne online. Das sieht dann so aus... 30 Sekunden, dann haben die das verloren. Ich hoffe nicht, weil wir auch noch ein bisschen weiterzocken die 10 Minuten, aber nee, die haben es geschafft. Und hier ist irgendwo der Bastard. Verbündete Drohnen im Einsatz. Letztes Magazin! Feindliche Drohne im Einsatzgebiet. Delta wird gesichert. Boah. Feindliche Drohne über uns. Der Feind hat Alpha reingenommen. Verbündete Konterdrohne online. Zielobjekt Delta wird gesichert. Boah, Mist. Feindliche Konterdrohne in der Luft. Verbündete Aerosolbomben unterliegt. Verbündete Nörder Schlagzehersicht. Zielobjekt Delta wird gesichert. Lade nach. Setze tragbares Radar ein. Bringt jetzt nichts, weil er es gestört ist. Jetzt nicht mehr. Wir haben einen Ping heute. Geil. Hier ist Muni, oder? Das ist ja geil. Okay. 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 Zielobjekt Echo wird gesichert. Feindliche Drohne aktiv. Feindliche Drohne über uns. Feindliche Drohne. Wir nehmen Bravo ein. Bravo gesichert. Unsere Drohne umkreist das Gebiet. Wir fressen davon, weiter so! Wir verlieren Charlie. Der Feind setzt eine Konterdrohne ein. Feindliche Drohne im Einsatzgebiet. Feindliche Drohne aktiv. Verbündete Drohne im Einsatz. Wir haben Charlie verloren. Wir nehmen Alpha 1. Feindliche Drohne im Einsatzgebiet. Wer wusste, dass wir da sind? Der Feind hat ein Marschrufer gestartet. Aper 250 ist Schluss. Wir haben das Feld gesichert. Die Mission ist erfüllt. Spielen wir noch ein Match. Herrschaft. 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 Sie sind gesichert. Wir haben alle Bürger. Sie sind auf! Sie ist auf! Schrauben Sie auf! Sie sind auf! Okay! Schrauben Sie so! Wenn Sie es nicht mehr abmhieren, Spannend, wie viel Level es gibt, um freizuschalten. Also hier sind es ja 20, aber wie das mit dem, ich glaube, wir sind für Stufe 15, wie weit es immer neue Sachen gibt. Also eigentlich, so lange dauert der Bodenkrieg nicht, dann spielen wir noch eine Runde und dann ist Schicht im Schacht für heute. Für heute. Okay. Die ist auch sehr geil, die ist da hinten mit dem Leuchtturm. Okay. Der stellt sich oben rauf, Alter. Eko wird gesichert. Keine Reserven mehr. Schade, die Punkte haben wir nicht mehr bekommen, er war schneller da. Na, Schwein, Alter. Das hat er aber gut gemacht, so. Nicht so witzig. So nicht. Bravo wird gesichert. Wechsel das Magazin. Wir nehmen Charlie ein. Ich hoffe, das hat mich noch keiner gesehen. Doch, der wartet da oben schon. Schade. Wir kontrollieren Bravo. Wir haben Kontakt. Vollfristung. Hm. Nein. 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 Wir sind auf der Seite. Wir sind in der Seite. Ich glaube, wir sind in der Seite. Wir verlieren Echo. Verliert er hier eine Shisha, Alter. Geil. Kleine Details. Das ist aber ein freundlicher Wagen. Da hinten ist er, der Sniper sich zieht. Alter, das ist gefährlich so. Guck mal das schöne Bild an hier. Alter, dass sie so ein Bild dahin machen. Also, ich finde es Bombe. Guckt euch das. Also, ich bin fasziniert. Hier ist noch ein Globus. Hier ist die Toilette, aber nicht weit. Und dann Bilder. Haben sie nicht umsonst hier gemacht. Hammer. So, lass mal die Fluppe ausmachen. Feindliche Drohne über uns. So. Feind nimmt Delta ein. So, Bill gehört definitiv uns. Hier müssen wir uns jetzt nicht unbedingt... Ist da oben ein Gegner? Ne, ist der Grüne. Das sind, glaube ich, Bots. Ich weiß es nicht, aber... Na? Was war das denn? Ah, Mist. Oh, da haben wir mal Glück gehabt. Da sind sie. Oh, da haben wir einen Arsch gerettet, du. Der ist oben drauf, ne? Da ist er. Oh, der ist down. Holla, die Waldfee. Okay. 64 zu 64, Alter. Knappes... Sehr knappes Match bis jetzt. Wechsle Magazin. Wechsle Magazin. Zielobjekt Delta ist kompromittiert. Verbündete Drohne online. Ist gar nicht gut, hier hinzugehen. Alles abgekriegt. Wie man sieht. Und wir müssen aber von der Insel hier runterkommen. Nichts sagen. Die nehme ich hier... In den... Weil die wollen das jetzt übernehmen. Feindlicher Mörserschlag bei eurer Position. Der Feind setzt eine Konterdrohne ein. Feindkontakt. So. Oha. Das ist zu gefährlich. Wir gehen noch eine, oder? Ey, wer war das denn? Ach so. Wie bitte? Wie bitte? Oh. Alter, wer ist das denn hier? Sag mal. Ziel und der Grad haben die sie sichert. Feind sichert Bravo. Feind sichert Bravo. Feind sichertועne im Einsatzgebiet. Oh baut. оaaor goal. 30 sekunden auch gehabt das mensch verloren ganz wichtig gewesen kurz warten da sind sie wir verlieren wir verlieren verbündete konterdrohne online verbündete drohne online verbündete aufklärung aktiv verbündeter präzisionsluftschlag im anflug da ist er das macht nichts wichtig war nur dass wir das geholt haben die haben das match gedreht da oben müssen wir machen ja wir schwimmen da einfach rüber da ist mir ein boot wo ist das fahren moment höh geil mit außenborder das wusste ich dass uns einer gesehen hat mit der trupp kann bei uns spawnen wenn sie bock haben aufpassen da sind sehr viele gegner wir haben echo verloren wo um gottes willen schade so einen müssen wir unbedingt halten sonst geht das match verloren was so geil ist ich lade nach Da ist er. Läuft er noch. Geil, wir können Heli fliegen. Das erste Mal. Geil. Und gleich gesichert. Das war doch Ultra, oder? Das war Ultra. Und flog sie auch gut. Das geht zwar verloren, aber wir haben unseren Spaß. Darum geht es ja auch. Nicht nur, aber wenn man auch gewinnen ist manchmal wichtig, aber... Sutschrauber noch da. Aber nicht tödlich. Du aber gleich, wenn du da nicht aufpasst. Lass mich irgendwo ein Sniper hat. Alpha wird gesichert. Sie nehmen Charlie ein. Wir kontrollieren Charlie. Wir verlieren Echo. Unsere Konterdrohne ist aktiv. Oh, 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 oh. Schaffen wir es noch bis da? Ja. Das letzte Magazin. Schade. Schade. Wir verlieren Delta. Feind gesichtet. Schade. Christoph wave. Zeige. Sie haben sich das selbstvermachted. Wechselt das Magazin. Zieröber grüchen. Er hat den Marschflugkörper gestartet. Schade. Geht doch raus. Nicht ganz schade. Ich fahre uns Radar ein. Feindlich hat Echo. Ich fahre uns Radar ein. Mission kontromiziert. Wir wurden besiegt. Feindlich hat Kontakt. Direkt vor! So, noch ein Level. Das machen wir morgen. Dann haben wir die auf 20 und dann können wir uns auch mal eine andere Waffe nehmen. Ja meine lieben Freunde, ich halte mich kurz. Ist schon sehr spät geworden. Aber es waren jetzt knapp 4 Stunden heute Multiplayer. Bombe. Ja, ich freue mich, dass ihr zuschaut und freut euch auf mehr Content auf meinem Kanal. Ich werde immer mit den besten Spielen versorgt und ja nicht immer die ich habe drei, vier sagen wir mal am Tag im Monat. Ihr merkt schon, ich bin ein bisschen übermüde. Das war ja auch nicht mehr so gut. Ähm, trotzdem. Ihr kriegt geile Spiele und alles Mögliche. Wenn ihr mal einen Spiele Wunsch habt, dann schreibt mir das in die Kommentare. Dann können wir das vielleicht sogar auch noch machen. Oder schaut euch meine Spiele an. Ich habe über 2000 Videos hochgeladen. Wenn ihr ein Projekt fortgeführt haben wollt, dann zocken wir das Spiel auch mal weiter. Und da sind einige in der Playlist drin. Hauptsächlich vom PC. Ja, ich bedanke mich wieder mal fürs Zuschauen. Und wünsche euch wie immer noch einen recht schönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Euer Robin Hood Bye Bye